Hallo und herzlich willkommen zu unserem Desire Tutorial. Schön, dass du dir das Video anguckst, denn wir haben uns etwas ganz besonderes für dich ausgedacht. Wir möchten dir heute zeigen, wie man ein süßes Lippenpeeling herstellt. Hast du spröde Lippen und möchtest Lippenstift auftragen, ohne dass man diese Risse sieht und suchst dazu noch eine günstige Methode, um das herzustellen, dann haben wir hier genau die richtige Lösung für dich. Dazu benötigst du ganz einfache Zutaten, die du in deinem Haushalt findest und das Ganze geht auch noch mega schnell herzustellen. Dann lass uns doch sofort anfangen. Zuallererst benötigst du eine kleine Schüssel und da packst du zwei bis drei Teelöffel Zucker hinein. Hier kannst du dich entscheiden, ob du den weißen oder lieber den braunen möchtest. Zucker wird dir dabei helfen, spröde Haut von deinen Lippen zu entfernen. Als nächstes benötigst du ungefähr zwei Teelöffel Honig. Deine Lippen sollen natürlich auch sehr geschmeidig werden. Der Honig verleiht dem Lippenpeeling einen sehr süßen Geschmack und außerdem wirkt Honig antiseptisch und damit werden kleine Risse in deinen Lippen super schnell heilen. Das Ganze wird ein bisschen fest sein und damit es cremiger wird, fügst du einfach zwei Teelöffel Olivenöl hinzu. Wenn dir Olivenöl so ein bisschen stark im Geschmack ist oder im Geruch, kannst du natürlich auch Kokosöl verwenden. Dann wird es einfach noch mal viel, viel zarter. Du rührst es dann einfach so lange zusammen, bis es schön cremig wird. So, ich habe jetzt das Lippenpeeling ungefähr zwei Minuten lang gerührt und noch ein paar Minuten stehen lassen. Das wird dann so eine klebrige Masse, wie du es hier sehen kannst. Aber es ist perfekt, um die Lippen sehr zart zu halten. Das Lippenpeeling trägst du dann einfach auf deine Lippen auf. Das reicht vollkommen aus, wenn du das ein bis zweimal die Woche machst, da das ja alles natürliche Zusätze sind. Und zum Schluss musst du dann das Lippenpeeling einfach abnehmen. Das kannst du etwas mit ein bisschen Wasser und einem Tuch machen oder du kannst es abessen, weil es ja wirklich aus Honig, Zucker und Olivenöl besteht. Ich esse es natürlich immer sehr gerne ab. So, mit dem Rest, den musst du natürlich nicht wegschmeißen. Den kannst du einfach in so kleinen Behälterchen wie diese hier aufbewahren. Das macht sich super. Dann musst du es nicht jedes Mal wieder neu herstellen. Aber vor allem mag ich es auch, weil sich das super als Geschenk für meine beste Freundin macht. So, ich bin wirklich ein ganz, ganz großer Fan von diesem Lippenpeeling, weil es so einfach herzustellen ist und ich muss nicht mal das Haus verlassen, denn alle Zutaten befinden sich in meiner Küche. Ich hoffe, dir hat dieses Lippenpeeling gefallen. Hinterlass uns gerne einen Kommentar, ob du noch weitere solche Themen sehen möchtest. Und dann wünsche ich dir einen zuckersüßen Tag mit ganz geschmeidigen Lippen. Tschüss!